ja herzlich willkommen zu meinem spider-man no way home spoiler video ich hau hier alles mögliche raus also wenn ihr euch wirklich überraschen lassen wollte abschalten oder guckt euch das video bitte erst an wenn ihr den film gesehen habt ja sonst versaut ihr euch so einiges es sei denn euch macht überhaupt nichts aus euch vorher spoilern zu lassen ihr habt trotzdem spaß am film so ging es mir ich fange mal mit den gegenspielern an ich fand es verdammt geil dass wirklich so jeder aus den alten filmen auch sowohl aus der sam raimi trilogie mit toby maguire als peter parker das hier william the foe als green goblin wie er da mit dabei war und was für eine performance also das ist mega 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 diese zwei gesichter die er da hat einmal so dieser 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 wahnsinn der da den er da zeigt und diese diese jackal hyde geschichte in seinem kopf ne die dieses psychomässige das bringt ja so hammergeil rüber da war ich fand ich damals in dem ersten spider-man-filme schon richtig mega geil und da schließt er hier nahtlos an als hätte er nie aufgehört diesen charakter zu spielen richtig genial ich liebe diesen schauspieler dann alfred molina als doc ock natürlich auch mega 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 brauchen nicht drüber zu reden also spider-man 2 damals von der raimi trilogie war ja eh ja schon fast der beste film und thomas hayden church als sandman ja auch richtig super aber auch wenn alle die gleichen darsteller ne rice eifens als dr connor bzw die exe aus der amazing spider-man reihe und jamie fox als elektro auch wieder dabei es wird hier auch geil erklärt also auch nachvollziehbar erklärt warum die so ein bisschen anders aussehen ich meine elektro hat ja ganz anderes aussehen als im amazing film zum beispiel und es wird hier auch also ich finde für den filmkosmos an sich gut erklärt warum er anders aussieht was ich so ein bisschen merkwürdig fand dass der sandman der ist ja eigentlich aus spider-man 3 der von der von der raimi trilogie ist ja eigentlich in fast ein guter in anführungsstrichen und unterstützt peter auch er anfangs und mit einmal kippt das so wo ich nicht so ganz nachvollziehen konnte warum ist das ganz plötzlich so warum vertraut er auf einmal nicht mehr weil er nicht der peter ist den er eigentlich kennt ich meine okay dass er kurz zuvor gesehen hat dass er quasi elektro weggesperrt hat und der anfing zu zweifeln aber dennoch die motivation die sandman eigentlich hatte so von wegen ja seine tochter das war für mich nicht so ganz nachvollziehbar das war das hat für mich nicht weil ich wirklich stimmig für mich aber meckern auf hohem niveau ansonsten auch wenn die darsteller teilweise nur kurz zu sehen waren weil klar der sandman da hast du hauptsächlich wirklich sand gesehen und lizard da hast du ja hauptsächlich in der echsenform gesehen aber trotzdem mega geil fand ich das wirklich ist es war super geiler fanservice dass wirklich jeder charakter aus den anderen alten sony spiderman film sowohl die original raimi als auch die amazing reihe von mark webb das wirklich jeder darsteller wieder mit dabei war und in seine alte rolle geschlüpft ist das war wirklich on top gleichzeitig wird natürlich die geschichte die wir aus dem mcu kennen fortgesetzt peter parker schräg sprich spider muss jetzt relativ alleine klar kommen weil er so ein bisschen im clinch mit dog strange ja dann so gewesen ist weil andere meinung strange hat gesagt ey die müssen egal lass sie ihre überlasse ihrem schicksal es ist zu gefährlich mit dem alternativen dimension oder dem multiversum sag ich mal zu spielen in anführungsstrichen ich glaube übrigens nett der hat ja den ring von strange gehabt und konnte auch diese portale öffnen und er hat ja so gesagt von wegen ja ach ich werde schon nicht dein feind werden blablabla so nach der andere so hat er das ein bisschen so erzählt und zum schluss war es ja tatsächlich so dass kein mensch mehr weiß dass peter parker spider-man ist und peter parker eigentlich von niemandem mehr erkannt und gekannt wird und ich kann mir gut denken dass in den einen der nächsten filme nett wirklich zum schurken wird des weiteren natürlich 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 kamen andrew garfield und toby mcguire als die anderen beiden peter parkers rein durch die portale und ich habe das so abgefeiert es waren im kino relativ viele kinder mit dabei die haben sie sagt hey was ist das denn und die konnten das gar nicht nachvollziehen auch die ein oder anderen beweggründe nicht da war mal so ein paar ein bisschen doofes gesammelt zwischendurch aber dafür natürlich nicht stören lassen und das ist auch so eine sache die wusste ich einfach vorher dass die anderen beiden jungs auch dabei sind und was hat die chemie geil zwischen allen dreien gepasst und was hat das spaß gemacht ich fand es auch super dass sie zum beispiel toby mcguire nicht jetzt digital verjüngt haben sondern dass er wirklich quasi der spider-man mit der meisten erfahrung ist und da haben sie auch so ein bisschen in dem film auch so ein bisschen das auf die schippe genommen also ein bisschen das komödiantisch dann auch einmal in einer szene dargestellt das fand ich auch ganz witzig und das zusammenspielen auch als sie dann im sag ich mal finale gegen die ganzen villains da antreten ich habe so eine mega gänsehaut gekriegt das war so ein moment das weiß ich hatte so einen breiten grinsen auf dem gesicht es war einfach nur hammer 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 geil also da brauche ich schon fast den into the spider-verse animationsfilm nicht mehr weil was ich hier gesehen habe das hat wirklich mein fanherz mein nerd herz so was von hoch schlagen lassen das war richtig geil was ich auch ganz cool fand post credits erstmal die mid credits scene da haben wir ja tom hardy als eddie brock gesehen wie er in der kneipe sitzt und das überhaupt nicht glauben kann wo er gerade ist und dieses ganze avengers gesabbel bla 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 und total besoffen schon in der bar dass die das ungefähr sechste siebte mal vom barkeeper das ganze erzählen wo er ist und was da alles abgelaufen ist glaubt das ganze nicht bevor er dann zum schluss durchs portal wieder zurückgezogen wird nachdem strange da diesen vergessens zauber gemacht hat und alle wieder in ihr universum zurückkehren und natürlich ein kleiner klecks vom symbionten sprich ein ableger da geblieben ist das heißt wir werden auch in einem in der nächsten geplanten trilogie mit sicherheit auch wenn im mcu zu sehen bekommen das freut mich schon mal sehr das heißt wir werden es dann mit quasi einem ja jetzt wo das multiverse ja da ist eine dritte variante von venom zu tun bekommen auf welche art und weise das umgesetzt wird seien wir mal gespannt die post credit ziehen das war ja quasi der trailer zu doctor strange in the multiverse of madness der 2022 in die kinos kommt was ich sehr geil fand wir sehen dann den doctor strange den quasi den ja ich sag mal bösen doctor strange oder den dunklen doctor strange den wir aus der serie disney plus serie what if kennen wenn ihr es noch nicht gesehen habt also das sowieso die beste folge guckt euch die what if folge auf disney plus mit doctor strange an eh geilste folge von allen die da gekommen sind ich meine die anderen waren auch teilweise nicht schlecht aber ne also auch wichtig für den doctor strange in the multiverse of madness geschockt war ich vor allen dingen fällt mir gerade noch so ein der plötzliche tod von tante may ja man hat erst so also im prinzip hat peter das fast schon das gleiche mit tante may jetzt noch mal durchgemacht wie er schon mit tony stark durchgemacht hat vor seinen augen stirbt quasi eine elternfigur im fall von endgame war es ja tony der irgendwie ein ersatzvater war gewissermaßen und jetzt stirbt quasi seine ja ich sag mal seine seine quasi mutter tante may auch in seinen armen und das war so ein verdammt emotionaler moment in diesem film das hat mich echt von den socken gehauen damit habe ich echt so nicht gerechnet richtig richtig krasse szene da habe ich auch echt wasser in den augen gehabt ansonsten bleibt mir zu sagen ja peter der ist wirklich hier reift emotional dermaßen heran dass wir jetzt wirklich ein zum schluss des films ein ja nicht mehr den denen denen den kleinen unschuldigen jungen den hilfe suchen den jungen nach unterstützung suchen den jungen haben sondern nein wir haben jetzt einen ja einen geformten charakter der weiß was er will und der auch bereit ist opfer zu bringen und jetzt geht es quasi dann mit einem ja erwachsenen peter parker in zukunft weiter ja was sagt ihr wie habt ihr den film empfunden was hat euch am besten gefallen was fandet ihr vielleicht scheiße oder fandet ihr den film generell mist was ich aber nicht glauben kann ehrlich gesagt schreibt es mal in die kommentare ich bin gespannt so das war's für heute ich danke dir fürs einschalten lass mir gerne auch ein abo da ich halte jetzt endlich die klappe und bin raus